Ihre Vorträge sind immer geprägt von hohem praktischem Anteil. Was dürfen die Teilnehmer denn in diesem Herbst erwarten in den Beiträgen? Diesmal geht es um die Zeitungsrunde und zwar ein bisschen anders als gewöhnlich. Wir werden nicht nur lesen, sondern wir werden uns in vielfältiger Weise mit der Zeitung beschäftigen. Wir werden uns bewegen, wir werden uns geistig betätigen mit der Zeitung. Ich denke, es wird ganz abwechslungsreich. Ich freue mich schon darauf, zusammen mit den Teilnehmern vieles nicht nur theoretisch zu besprechen, sondern auch auszuprobieren.